So, weiter geht es mit einer neuen Folge Dead Rising. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir Zombies das Gehirn aus dem Schädel rausquetschen. Und natürlich auch Dankeschön an die Menschen, die den Like-Button gequetscht haben in der letzten Folge. Denn ihr macht dieses ganze Let's Play hier nur möglich. So, wir haben wenig Pläne noch, wirklich sehr, sehr wenig. Wir sind kurz vorm Finale, trotzdem habe ich ja gesagt, ich will wenigstens mal alles zusammenbauen, was man hier so zusammenbauen kann. Gut, wo müssen wir denn hin? Wir sind hier und wir wollen irgendwie da unten hin. Das heißt, wir müssen hier durch. Wir müssen einmal hier durch. Wow, das Ding da drüben sieht ziemlich geil aus. Stellt euch mal vor, das wäre ein Upgrade für den Exo. Das wäre doch mal ein geiles Upgrade, oder? Was habe ich hier bekommen? Ähm, eine Axt. Gut, ja, warum nicht? Kann man machen. Nehme ich mit. Kann ich irgendwas Geiles daraus bauen? Was ist das hier drüben? Nee. Ich hätte gerne so eine Elektro-Axt, aber dazu brauche ich die große Axt. Egal, ich nehme sie mal mit. Weil ich sie noch nie gespielt habe. Mann, die Scheibe hier war gut geputzt. Okay, hier drüben ist noch eine Zeitung. Die Zeitung, die holen wir uns. Ich bin noch kurz vorm Level ab, dann sind es nur noch zwei Level. Moin! Was ist hier los? Wo bin ich hier? Was ist das hier? Was ist das hier für ein Laden? Elektro-Laden? Apotheke? Die Mischung aus beidem? Lutscher meine Axt! Alter, woher kommen auf einmal die ganzen Zombies? Ich dab euch das Hirn raus! Ihr Drecksviecher! Ey, die wollen es wirklich wissen! Komm mal her, du! Bam! Oh, nice! Der Wikinger! Braucht hier irgendjemand Hilfe? Ist da hinten irgendwas los? Auf jeden Fall ist da hinten irgendwas Menschliches. Komm schon! Yes! Ich glaube, dieses Kostüm hier behalte ich bis zum Schluss. Ein besseres werde ich niemals finden. Komm schon! Ich will ein Level ab! Der Mann braucht es! Guck mal hier, ich hau dir die Suppe raus. So, schön hier gesäubert. Wo ist die Zeitung? Wo ist die Zeitung für den alten Onkel Frank? Ich hör sie! Ah, hier drüben! Boom! Level 78! Na, also! Läuft, läuft, läuft! Gut, wo muss ich hin, wenn ich... Nein, keine Zeitung. Wenn ich... Wenn ich, wenn ich, wenn ich... Ah ja, hier drüben. Einfach durchgehen. Okay! Kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Nein! Ich kann dir nicht helfen! Jetzt bleib doch drin! Ach, Frankie! So, und jetzt hier durch. Moment mal, komm ich hier drüben zum Safe House? Dann geh ich da ganz schnell hin, denn ich will mit dem Plan. War das schon Maximal Level? Ach, wir werden es gleich rausfinden. Oder wir können auch hier gucken. Ja, war Maximal Level. Nice! Also hier bin ich richtig. Bin ich hier richtig? Äh, ja, bin ich. Boah, es wäre so geil, wenn dieser Anzug, den ich hier gerade trage, irgendeine Fähigkeit hätte. Was? Harz? Hat er gerade gesagt, das ist Harz, aber ich habe meine Quellen? Beschissen! Gut, gekauft, gekauft, gekauft. Aber die Scheiße hier haben wir noch nicht. Wahres Schnäppchen. Ah, Moment, hier kann man doch auch Bücher kaufen, oder? Und zack! Hätten wir. Ich werde immer besser. Ich bin die ultimative Zombie-Vernichtungsmaschine. Mach ich. Laserschwert, komm schon. Oh, er hat keins, oder? Das haben wir noch nicht. Oh, er hat eins. Kaufen? Kaufen. Ich bin reich. Wieso nicht? Ich kann mir alles holen, was ich will. Äh, oh, die hier war auch so geil. Ich nehme sie mal wieder mit. Long time ago. Alter, ich habe das Laserschwert. Da draußen braucht man vor allem Waffen. Ich besitze es. Moment, irgendwo hier ist noch ein Zombie. Irgendwo hier ist noch ein Zombie, den ich fotografieren muss. Wahrscheinlich oben. Schau dich ruhig um. Hm. Habe ich vor. Wo ist der Zombie? Hier drüben. Auf der Seite. Oh, shit. Laserschwert. Yes, hier. Werde ich besser im Auge behalten. Und noch ein Zombie mitgenommen. Und wenn ich jetzt aber hier hochgebe, bin ich wieder da drüben. Aber da gibt es jede Menge Shit. Ah, aber ich will den Bauplan. Oder machen wir schnell noch hier eine Tour mit dem Laserschwert in der Hand. Gut, wir machen eine kleine Tour. Eine kleine Tour des Schwert. Aber nur, weil ich den Scheiß hier will und weil hier noch zwei Läden sind, die ich immer noch nicht irgendwie besucht habe. Einmal den hier. Alter, was ist hier los? Oh, nice. Ich liebe dich, Laserschwert. Ich liebe dich. So fühlt sich Liebe an. What the fuck? Hier ist noch ein Psycho. Ich habe ein Laserschwert. Weil ich muss sagen, so viel Damage macht das gar nicht. Zumindest nicht gegen den hier. Alter, der Kollege kann was. What the fuck? Der eine ist voll weggeflogen. Boom, bitch. Ach, komm schon. Jetzt stirb. Ich würde sagen, sauber gewonnen. Und da fliegt er weg, der Kollege. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Für den Schwachsinn habe ich keine Zeit. Hier noch eine Kugel rein. Und wir holen uns noch die 100-Kombo. Ein paar Soldaten. Na meinetwegen. Die geben 100. Das ist gut. Das ist echt gut. Oh, die Ecke hier. Die habe ich auch noch nie besucht. Hier gibt es noch so viele kleine Läden, wo ich noch nie drin war. Boah, das Laserschwert ist richtig geil, oder? Man muss es lieben. Man muss es einfach lieben. Laserschwert. No. No, 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 no. So, hier, weg. Moment, hier drüben ist noch ein kleiner Laden, in dem ich auch noch nie drin war. Und drin gewesen. Oh, was ist das hier? Ach, ne, Doppelschwert. Ich dachte schon, neuer Shit. Trotzdem, wir tauschen hier mal durch. Doppelschwert. Aha. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Warum habe ich jetzt hier die Katzen? Ich will das Doppelschwert. Okay, das Telefon haben wir mitgenommen. Ey, Lady. Doppelschwert, hä? So, dann muss irgendwo hier noch ein Telefon sein. Sag bloß, das ist da unten. Oh, hier drüben. Gut versteckt. Gib es mir. Ja. Guten Morgen, Willamette. Ava Rooney berichtet heute von der großen Eröffnungsgala im Willamette Royal Megaplex auf Blockfriday. Und wo wollen Sie sich am meisten, Sir? Auf den knuddeligen Knutschi-Fisch. Davon soll es nur 500 geben. Wenn ich keinen bekomme, bringt mich mein Sohn. Wenn sein muss, könnte ich das auch besorgen. Aber wenn Sie wollen also auch ein bisschen Knutschi-Sammlung. Ich habe die größte Knutschi-Sammlung in der ganzen Welt. Und natürlich will ich auch sein. Was? Sie tun. Mehr zurück zu ergaffen. Für sich selbst. Das ist eine Sonder-Edition. Wer das nicht versteht, hat kein Knutschi-Fan-Ding-Tun. Wie Sie hören, ist das alles los im Memorial Megaplex. Also komm und sing und spart sie mit. What the fuck? Was ist Knutschi? Die Leute wollen Knutschi, den knutteligen Knutsch-Fisch. Alles klar, die Menschen hier in der Gegend sind auch ganz schön behindert. Toll, jetzt habe ich hier einen Exo-Anzug. Da hinten schweben Zombies rum. Und hier gibt es kein Upgrade für den geilen Anzug. So gesehen, das Ding ist hier die absolute Verschwendung. Der einzige Vorteil, wir kommen ganz gut hier unten durch die Masse. Und wir können wieder irgendjemanden retten, der überlebt. Möglicherweise. Wenn ich sage, du darfst überleben. Und ich sage, du darfst überleben. Komm schon. Bin unterwegs, Kumpel. Bin unterwegs. Guck mal hier. Frank. Der alte Zombie-Zerknapper. Och nö. Ich dachte schon, hier gäbe es irgendwas Brauchbares. Ja, ich bin ja schon dran. Meine Güte. Oh, 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 oh. Der ist aber... Dem geht es gar nicht gut. Und ich brauche die Erfahrungspunkte für Level 80. Nein. No, hinter dir. Kumpel. Oh, nice. Alter, was für ein geiler Move. Okay, der Typ ist echt, 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 echt am Limit. Mega am Limit, der Mann. Zack, komm, die andere ist doch auch noch tot, oder? Ey, ist so ein richtiger Spartaner-Move. Lass den in Ruhe. Geht auf mich. Ich schmecke eh viel besser. Warum kommen hier immer wieder neue? Fuck you. So. Danke für die Hilfe. Und jetzt renn. Was gibt's Neues hier drüben? Sprengbogen. Ja. Immer wieder gut. Immer wieder gut. Oh, nein, 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 nein. Ich bekomme keine 200 mehr. Naja, kann man nix machen. Passiert, ne? Moment, hier ist irgendwo ein Zombie, den man fotografieren kann. Aber wo denn? Oh, nö, bitte nicht unten. Bitte nicht unten. Ey. Boah, die stoßen mich einfach runter. Was für verdammter... Dreckschweine. Ne, hier ist kein Zombie. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt mich eiskalt angelogen. Die verdammten, schleimigen Mistviecher. Jetzt sagt bloß, hier komme ich nicht hoch. Na, irgendwie backe ich hier schon wieder durch. Der Zombie wird wahrscheinlich irgendwo hier drin sein. Oder auch nicht. Wo geht's denn hier hin? Oder doch? Ist der Zombie irgendwo da oben? Äh, definitiv nein. Aber hier gibt es was anderes zum Mitnehmen. Und ich habe schon wieder irgendwas Neues gefunden. Ach nein, Paula. Alter, der Darkroom, wer hat hier einen Kaktus hingestellt? Eins fürs Fotoalbum. Oh, 30. 300 pp. Ich bekomme 300 pp. Für die Scheiße hier. Ey, die Belohnungen sind so abgefuckt. Sorry, kann man aber nicht anders sagen, oder? Die Belohnungen sind echt für ein Po. Sind das hier Soldaten? Das war... Nein, das sind nur Überlebende. Nein, das sind nur Überlebende. Und die stinken nach Mayo. Nach alter Mayo. Hier stinkt. Hier stinkt. Überlebende. Hier stinkt. Guck mal hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Boom. Oh, fuck. Scheiße, auf die Überlebenden sind eh nicht die Guten. Okay, aber jetzt. Ich hole mir jetzt erstmal hier den Bauplan, sonst komme ich hier nie voran. Ich habe keine Ahnung, wo der hier ist. Oh, hier drüben sind auch noch ganz viele Geschäfte. Moment, ich muss einmal hier so rum. Entschuldigung, ich brauche die Geschäfte, weil die geben halt gute Erfahrungspunkte. Und mit denen bekomme ich hier vielleicht noch Level 79. Ich will einmal Level 80 werden, um mir den krassen, derben Porno-Shit zu holen. Alter, wo ist der Zombie? Laut Ange... Der ist irgendwo da oben, oder? Der ist wahrscheinlich... Moment, ich muss noch einmal hier hoch. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Aber nee, wenn ich hier hochgehe, bin ich ja schon auf einer anderen Ebene. Weil hier bin ich ja schon auf der anderen Ebene. Und hier ist er ja definitiv nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, der ist nämlich hier, auf der Seite. Ah, doch, doch, ich lag richtig. Frank, Frank. Frank, Bruder. Boom. Interessant. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot, oder? Ach, YOLO. Man lebt nur einmal. Guck mal, die Zombies machen es auch. Jetzt hänge ich. Nein. Was war denn das eben gerade? Total festgebackt. Ah, der Fallschaden hält sich hier in Grenzen. So, wo waren die Geschäfte hier drüben? La, 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 la. Weihnachten ist vorbei. Trotzdem bin ich volle Möhre hier in Weihnachtsstimmung. In der Gegend war ich doch gefühlt hundertmal mit dieser Rennstrecke. Und trotzdem? Trotzdem habe ich hier nicht alles gefunden. Ich war nicht besonders gründlich. Boah, wie cool ist das denn? Kann ich ja spielen. Mann, jetzt bräuchte ich eine Exo. Da drüben wir zur Spielzeugkanone und ein Upgrade. Alter, ich liebe diesen Move hier mit den Doppelklängen. So, hier soll es irgendwas geben zum Mitnehmen. Aber die Zombies wollen mich mal wieder. Weil sie wissen, ich schmecke gut. Genau da, wo ich bin. Da müsst ihr euch wieder rumtreiben, ha? So. Ich muss sagen, der Sprengbogen ist wirklich mit die geilste Fernwaffe. Schnell, tödlich, macht ein Wahnsinns-Damage. Hier, zack, schaut euch das an. So werden Zombies vernichtet. So wird das gemacht. Ah, hier drüben. Nein. Bitteschön. Ah nein, habe ich jetzt eine Katze geworfen? No. Meine wunderschönen Katzen. Die sind zu gut für euch. Shit. Das ärgert mich. Das ärgert mich mega. Erst mal hier eine Rolle wegmachen. Web. Fans sind ja ganz nett, aber... Zack, zack, zack. Und hier ist schon wieder ein Überlebender. Hier ist immer ein Überlebender. So, der Laden gehört auch mir. Hier drüben war noch ein Foto. Aber erst mal rette ich den Dude. Hilfe. Bitte. Oder die... Du da. Keine Ahnung, was ist die weibliche Form von Dude? Dudine. Herder. Ich habe so viele Menschen gerettet, Herder. Der Bunker ist voll. Sorry. Kommen sie nicht mehr rein. Verpiss dich. Bam. Alter. Bitte keine Granaten. Gib mir irgendwas Gutes. Wie, jetzt ein Brandstifter? Ach, Ficken. Den nehme ich nicht mit. Scheiß auf den Brandstifter. So, bin ich nochmal hier drin. Mir gehen gerade die Bananen aus. Ich brauche unbedingt... Ich habe Bananenmangel. Kalzium. Chronischer Bananenmangel. Ist eine ernste Sache. Darüber macht man keine Witze. Komm schon. Einmal hier durch. Und wo kann ich hier was fotografieren? Hier in dem Laden drin? Komm schon. Hä? Wo ist das Ding schon wieder? Ab und zu sind einige Sachen echt fies versteckt. Wahrscheinlich irgendwo da oben. Aber da komme ich auch nirgendwo hin. Was zur Hölle? Ihr seid echt... Also, in letzter Zeit... Ihr übertreibt es ein bisschen. Oh, scheiße! Ihr kennt nicht das Wort Freiraum, oder? Ist völlig neu. Was ist das? Das heißt, ich will mein Personal Space hier noten. Ein Spießer-Outfit. Hatten wir das schon? Hatten wir schon den Spießer? Ich ziehe es mal an. Hey! So! Ich sagte... Personal Space! Gut, ich hätte gerne den... den Zombie, aber... Keine Ahnung, wo der ist. Ich gehe mal ganz kurz auf die Karte, zoome mal rein. Der ist irgendwie... Irgendwie dazwischen. Aber ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich da oben wieder. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Es muss irgendwo einen Weg nach oben geben. Egal, scheiß auf den Zombie. Man muss nicht alles besitzen. So, wo ist jetzt der Bauplan? Bin beinahe da. Bin beinahe da. Da joggen wir mal ganz schnell durch. Hab ja jede Menge Ausdauer. Gott sei Dank, weil ich so mega krass gelevelt bin. Ich will gar nicht wissen, wie easy auf Level 80 der letzte Boss wird. Wahrscheinlich schaue ich ihn nur an. Und er fällt tot um. Was ist da los? Captain Price? Sind sie es? Ja, wollt ihr jetzt Hilfe? Ja, nein, vielleicht. Tja, mir scheint eher nein. Hey! Der Zombie hat mich wirklich zurückgestoßen. Wir könnten doch alle zusammenarbeiten. Ich meine, wir gegen die Zombies. Aber nein, immer muss der Hass regieren. Warte mal, Moment. Hier ist noch ein Bauplan. Wie kann ich hier level? What? Es gibt hier irgendwo noch eine Ebene nach oben? Ach ja, hier drüben. Ich war noch nie da oben. Da ist ein Bauplan. Da ist ja noch ein Bauplan. Hol ich mir. Neuen Shit. Endlich. Ja, 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 ja. Im Grunde bist du da oben mega sicher, oder? Eigentlich kann dir doch gar nichts passieren. Guck mal hier, zack. Belohnung abholen. Ja, was ist meine Belohnung? Kumpel? Oh, du bist ein Lebensretter. Ich geh direkt zum Bunker. Ne, der ist voll. Da gehst du nicht hin. Eben nicht. Eben nicht, Kumpel. Ey, es gibt keine Belohnung mehr. Ich bin zu krass für Belohnung. So, hier war ich irgendwann schon mal drin. Aber hier drüben war ich nie drin. Was ist das hier für ein Laden? Optiker oder sowas? Der liegt einfach so rum. Laserschwert. What the fuck? Hier liegt einfach so das Laserschwert rum. Was denn mit dir, Kollege? Ja, ich lass dich da drin. Irgendwie siehst du da drin ziemlich glücklich aus. Deswegen bleib da. Edelsteine. Habe ich eben gerade die Edelsteine zerstört? Egal, die drüben sind noch. Welche? Edelsteine und Laptop ergibt. Laserschwert. Jetzt habe ich schon zwei von denen. Und irgendwo hier ist noch ein geheimer Raum. Äh, Bums. Ah, hier drüben. Kumpel. Was zur Hölle? Weißt du, ich hole hier aus. Und der Typ hier will es wirklich nochmal wissen. Und er lebt noch. Buggy Joe überlebt alles. Mieser Wichser, du. Tja, und damit hätten wir es. Das magische Laserschwert. Und wir kommen zu spät. Panic Room of Doom. Wurde überrannt. Komplett eingenommen. Tja. Passiert, ne? Passiert. Gut, Laserschwert ist ziemlich leicht und genauso noch wie früher. Es war schon immer Edelsteine. Nee, damals war es Edelsteine und eine Taschenlampe. So, jetzt war ich hier drin. Nettes kleines Roundup. Keine Sorgen, wir holen uns noch den anderen Bauplan. Aber ich gehe noch kurz in die anderen beiden Läden rein. Wow. Nicht schlecht. Und wieder gibt es einen Witz an PPs. Ich meine, man macht hier so eine derbe Scheiße. Ja? So eine richtig derbe Scheiße, wo man denkt, Alter. Oh nein! Ich habe keinen Exo. Fuck! Oh shit! Verarsch mich. Ein Vega-Kostüm. Wie geil ist das denn? Fuck! Und ich habe keinen Exo. Und hier gibt es wieder den härtesten Shit. Hier gibt es wieder den härtesten, geilsten Scheiß. Ich laufe rum als Vega. Ey, das ärgert mich so. Dass ich immer dann Exo finde, wenn um mich rum nichts ist. Nichts. Wirklich. Gar nichts. Und hier der derbste Shit. Mega derber krasser Shit. Ultra derber. Mega fucking Shit. Okay, Moment. Hier bin ich richtig. Gut. Hohin ihr Süd! Oh fuck! Und ich muss ihn retten, weil ich... Weil ich... Netter Typ bin. Schon gerettet? Habe ich sie gerettet? Nee, oder? Oh, die Gegend hier ist so mies. Komm schon. Komm schon. Nee, die schaffe ich nicht. Die schaffe ich nicht. Die Alp ist tot. Sorry. Glaube ich nicht, dass ich das hinbekomme. No! Nein! Ich hab's versucht. Ihr habt's alle gesehen. Ich hab's versucht. Ach ja, der Bauplan, der war doch hier eingesperrt, oder? Der war doch eingesperrt. Habe ich den Schlüssel dafür? Nee, ne? Immer noch nicht. Fuck! Das kann doch nicht sein, dass ich diesen einen Bauplan aus irgendeinem Grund nicht auf die Kette krieg. Ne? Dieser eine leckt mich, Zombies! Mir stinkt! Wir brauchen alle Hilfe. Ich zum Beispiel brauche Hilfe mit dem Bauplan. Irgendwo hier gibt's noch einen netten, kleinen Zombie-Reno. Ach, sag bloß oben. Nein, irgendwie nicht. Oh, hier drüben ist irgendwo noch ein Zombie. Wie komm ich denn da hin? Ich war doch schon mal da oben. Irgendwann war ich mal da oben. Oh, die Fotografier-Dinger da, die sind ja... Warte mal, weil hier ist noch ein Exo. Leute, wenn ich schnell genug bin... Begegnung in der Nähe? Wenn ich schnell genug bin, könnte ich möglicherweise die Hulk-Handschuhe bekommen. Boom! Alter, ist das cool! Wow! Nice! Alter, die Kanone ist nice! Geh mal hier hoch. Oh, komm schon, beeil dich. Ich will einmal diese Hulk-Handschuhe sehen. Renn, Frank! Renn! Hyper-Hyper-Speed! Super-Hyper-Speed! Hulk-Handschuhe! Für die Handschuhe! Moment, wo waren die? Die waren... Die waren, die waren, die waren... Nein, das hänge ich hier an der Parkbank. Hulk-Handschuhe, wo wart ihr denn? Die waren doch hier. Da vorne ist ein Spielzeugladen. Yes! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Alter! Ich bin... Fucking Hulk! Hulk! Boah, wie geil! Wie mega nice! Hulk-Handschuhe! Gibt's nicht irgendwo noch richtige Hulk-Handschuhe? Irgendwo waren, glaube ich, noch richtige Hulk-Handschuhe. Alter, das ist so cool! Hulk-Smash! Oh, das spritzt die Suppe! Okay, was kann ich damit? Moment! Boom! Oh nein, ich hab schon fast keine Energie mehr. Immer die Dinge, die Spaß machen, sind so schnell leer. Yes! Ja, so einen Scheiß hab ich keine Zeit! Genießen wir's! Schade, dass hier keine Horde ist. Hätte ich die Hulk-Handschuhe doch nur gehabt, wo ich da drüben in dieser großen Horde drin war. Das wär... Das wär cool gewesen! Richtig cool! Einfach perfekt! Naja, geht so. Perfekt, sieht anders aus. Nun gut, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ha, da drüben ist noch ein Raum. Ich renne da noch ganz schnell hin. Aber nur, weil ich euch lieb hab. Und wie gesagt, da gibt's noch eine Folge, wo wir den Rest holen und dann bringen wir das Spiel zu Ende. Dann machen wir Feierabend hier mit Dead Rising. Ja, Seitenstechen, Frank. Schwach. Okay, hier drüben kann ich wohl noch in den Laden gehen. Warte mal, geh mal hier ganz kurz hoch. Hier gibt's auch noch irgendwas anderes zum Mitnehmen, wie es scheint, oder? Ist das hier auf der Seite? Ihr seid erledigt! Halt die Stellung, kleiner Scheißer! Entspann dich! Was könnte hier im Safehouse mit drin sein? Es regnet schon wieder Zombies. Äh, oh, falscher Modus! Nein! Mann, immer wo ich bin, sind die Zombies. Die wissen eben, wo die Party ist. Fische! Es regnet Fische! Was, warum habe ich jetzt sowas hier in der Hand? Habe ich mein Laserschwert weggeworfen? Oh Gott, es ist hier pures Chaos. Muss mir den Weg freiräumen. So, kann ich jetzt ganz kurz bitte einmal scannen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nice! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, einfach reingehen. So, den Scheiß hier nehme ich noch mit. Moment. Tatsache. Da draußen scheint ja einiges los zu sein, Darcy, was kannst du uns erzählen? Hier herrscht Krieg zwischen Zombies, Soldaten und verzweifelten Überlebenden. Seit dem Spielzeugladen würde man keine drei Minuten überleben. Mit anderen Worten, die Mall ist alles andere als ein sicherer Ort. Düste Worte von Apostel Darcy. Stark bleiben wolle meint. Gut. Die Folge ist durch. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Wir werden nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.